Über 20 Jahre ist es her, dass Astrid Zunner, er aus Spaß beim traditionsreichen Kirchweih-Triathlon in Fehlburg antrat. Und da habe ich halt dann mal versucht teilzunehmen und bin beim ersten Start dann vorletzte im Zielsprint geworden. Und dann wollte ich halt von Mal zu Mal besser werden und habe dann auch die Langdistanz in Rot mal angeschaut und wollte da auch teilnehmen. Und dann von da an habe ich dann wirklich auch ein bisschen professioneller trainiert. Vom Ergebnis des allerersten Versuchs hat sie sich also weder in die Schranken weisen noch abschrecken lassen. Ja und dann habe ich halt einfach immer weitergemacht, obwohl ich oft gesagt habe, das war jetzt der letzte Wettkampf und ich mag jetzt nicht mehr, jetzt steige ich aus. 2019 wird Zunner im holländischen Wert Vize-Europameisterin. Ein unerwarteter Erfolg und zugleich ein Zeugnis ihrer Selbstdisziplin. In der aktuellen Lage finden viele Triathlons nicht statt oder werden verschoben. Vergangenes Wochenende hätte Zunner in Gran Canaria starten können. Aber für mich war das halt immer diese Unbekannte, muss ich in Quarantäne, habe ich so viel Urlaub überhaupt. Ich meine, mein Arbeitgeber akzeptiert sicherlich nicht, wenn ich 14 Tage in Quarantäne muss wegen einem Triathlon. Und ich wollte mir da halt auch keiner Gefahr aussetzen und deswegen habe ich jetzt keine Wettkämpfe auch gemacht. Astrid Zunners Arbeitgeber bietet aber, nur wenige Meter neben ihrem Büro, eine gute Trainingsmöglichkeit. Am Bögelweiher kann sie nicht nur laufen, sondern auch im Wasser ein paar Runden drehen. In Zeiten geschlossener Bäder ein Segen für Schwimmfähn Astrid Zunner. Also das Besondere ist jetzt nicht unbedingt die Kälte für mich, sondern einfach, dass ich schon seit sechs Monaten nicht mehr im Wasser war. Also das ist nicht so die schlimmste Barriere für mich, das erste Mal wieder reinzugehen. Doch die ersten Meter zeigen, was über 20 Jahre lang trainiert wurde, verlernt man nicht wegen einiger Monate Pandemie. Das große Ziel, für das man auf den Sattel in die Laufschuhe oder ins Wasser steigt, fehlt natürlich momentan. Astrid Zunner peilt eine Teilnahme an den Duathlon-Meisterschaften in Bayern und in Rumänien an. Beide sollen nach aktuellem Stand im Juni stattfinden. Also diese Ziele sind schon sehr wichtig, weil man möchte ja auch mal abrufen und was zeigen. Im Training belastet man sich zwar schon auch, aber natürlich ist es kein Wettkampf. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man dann auf der Ziellinie ist und die durchschreitet und sich ihr Ziel gesteckt hat, dass man das dann erreicht hat. Also das Gefühl, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, wie schön das ist. Und das will man einfach dann immer wieder haben. Und vor allem will sie es möglichst bald wieder haben. Denn der letzte Triathlon liegt zumindest gefühlsmäßig fast schon so weit in der Vergangenheit wie der erste Triathlon damals auf der Kirchweih in Fehlburg. Der nächste Triathlon Untertitelung des ZDF, 2020